Nachdem wir jahrelang in der Mittelstraße unser Vereinsheim hatten, haben wir uns gefreut, das ehemalige Kieselgebäude zu unserem neuen Vereinsheim machen zu dürfen. Nach vier Jahren Bauzeit und über 2800 ehreimlich geleisteten Stunden möchten wir Sie am 1.10.2017 ab 10 Uhr zum Tag der offenen Tür einladen. Kommen Sie uns besuchen bei tollen Schauübungen, Essen, Großer Fahrzeugschau sowie Programm für Kinder. Auf Ihr Kommen freut sich Ihr Laubheimer Deutsches Rotes Kreuz.